Mein Name ist Gabriela Seele, ich bin examinierte Krankenschwester und bin stellvertretende Pflegedienstleitung. Ich bin Steffen Jauert, examinierter Krankenpfleger, stellvertretende Bereichsleitung, Geriatrie, Tagesklinik. Mich motiviert, wenn ich sehe, wie sich unsere Patienten weiterentwickeln und wenn sie wieder wohlbehalten nach Hause kommen. Uns als Team zeichnet aus, dass wir miteinander kollegial, teamfähig, Hand-in-Hand-Arbeiten, Standards entwickeln und auch diese weiterfühlen. Hier in Oldesloe arbeite ich gerne, weil es ein kleines Krankenhaus ist, wo man sich gut austauschen kann. Und auch die Lage zwischen Lübeck, Hamburg und so dicht an der Ostsee ist sehr schön für die Freizeitgestaltung. Also ich bin in diesem Jahr 25 Jahre hier an der Klinik und ich wollte auch gar nicht wieder weg, weil ich finde einfach das ganze Flair, das Klima, die Kollegen, alles passt.